Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Schellschock Life. Heute mit dem... Och ne, doch ne Folge. Ach, die Fatsch war wieder wie motiviert hier alle arbeiten. Ja. Ja. Nein. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wer ich bin. Ich glaub dir das soll sein. Ja, ich auch. Oh, wir hauen die besten Intros raus. Ah, so heißt... Ich würde dich so bezahlen, als in Rotten. Natürlich. So heißt... Ich verdiene die auch. Ich verdiene die auch. Entschuldigung. 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 Das war schon... Das war schon der zweite Intro-Fail. Der zweite einfach. Ja. Wirklich? Erster? Zweiter? Bei dem... Ja, wenn man... Rechnet das... Mails... Eigentlich... Merkmal... Ja. Zahnkonterkonterkonter. Ne, nur 20 Damage. Ja. 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 Wieso? Ja. 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 Drab. Komm mein kleiner. Ertat mich nicht. So. Ich soll gegen euch Schwachkämpfer gewinnen. Ja? Jo. Was hat das Spiel so verlangt? Ja. So. Und dafür gibt es gleich einen Eskelator. Er soll ja überall fahren. Leise ist irgendwie Tratos. Tratos ist schlimmer. Aber ich hab ihn kaum getroffen. Oh mein Gott. Ich hab der Crazy auch so viel nicht getroffen. Also passt es so. Ja. China darf ich ranfahren. Das ist die Frage. Ja. Oh. Das war zu weit. Ja. Das Glück, dass ein Quadways in drei Richtungen schießt. Ja. Hast du noch einen davon? Ich bin wieder erstaunt über deine Zielkünste. Ja und der falsche, der abwärts geht. Naja. Immer das Gleiche. Ja. Leider. Leider. Leider? Leider. Ja. Ich darf ihn nicht. Ja. Oh, oh, oh. Äh, 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 äh. Da habe ich ihn schon was schlafen. Ich schlafe dich schon. Keine Sorgen. Ich schlafe dich schon. Keine Sorgen. Ja. Ich schlafe dich schon. Keine Sorgen. Oh. Und jetzt kommst. Jetzt ist es zu weit. Supergill war's. Halt meinen Baul auch. Das hat von mir gewesen sein. Das hat sowas von daneben. Nein. Das hat schon gut geblieben. Ich habe wenigstens versucht. Äh, sehr schlecht getroffen. Jetzt wirst du schon längst so dünn. Ja. Und dann kann man das nicht. Ja. Schon wieder. Ja. Und den Fädern. Bis zum Haus mit dir. Es ist mir unverständlich. Ja. Ja. Wir auch. Macht zwar schade. Ja. Vielleicht ist es gar nicht. Schlimm. Ja. Ja. Ich könnte es ja hoch bauen. Ja. Ah, das ist ein Bier für Popcorn. Das macht er doch bloß im Ziel noch. Ja. Aber jetzt ist es klein. Ja. 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 Nicht für den Fail. Ja. 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 Ich will jetzt noch aufhören. Aber. Ja. Ich kann mich ja sowieso nicht filmen. Ja. 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 Das ist halt so wild. Ja. Da wärst du platt gewesen. Was soll ich hier drüsten? Wenn du Waffen brauchst. Ja. Ich steck doch von dir vor. Ja. Naja. Leider. Hey. Ich kenn deine Leider. Ist doch schade. Äh. Natürlich. Ich bin nicht julistischer, Junge. Ja. Ich hatte nichts. Oder die Bienchen. Hatte ich auch nicht. Das ist ja mein Problem. Ich hab keine guten Waffen. Ja. Hat doch Geweich. Äh. Ja. 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 Und ich bin ungefähr jetzt in den 17.000. Wow. Ja. 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 Ich werde da am besten. Ich werde nur über die 1.000. Ich werde nur über die 1.000. Ja. Das ist aber Schaden. Ja. Das ist aber Schaden. Ja. Dass er mal Schaden macht. Und. Ja. 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 66 nur 3. Haben wir getrunken. Ich bin mir in der Matte, scheint mir mittlerweile besser zu werden. Ja... Und du verbrennst mich mal. Gibt ganz schön heiß gekocht, was? Ja... Nein... Nein, ich hab noch mal... Nicht schon wieder so'n Blöde. Und... Ich hätt' jetzt gelacht, hätt's dich selbst getroffen. Ich hab' ja gesagt so. Ich muss lauter sprechen, damit man dich auch versteht. Nein... Echt, das war soweit. Jetzt liegt die Cobra echt nicht mehr, die Cobra. Ist doch gut. Und... Jetzt... Wie viel Schaden... 84. Ja, klasse. Immerhin solide. Ja. So... Und jetzt bitte... ...nur 34. Wegschneiden. Was gibt's sonst noch? Ja. 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 Wie viel Armour war das? 50. Ordentlich. Die Armour die erstmal runterzubauen ist... ...nicht leicht. Ja. Wie machen? Also... Volltreffer glaub' ich gehört. Und dann lass' uns mal was besser machen. Und dann lass' uns mal was besser machen. Okay... Ach, die Waffe... ...ja, 60 Damage... ...ist schon owned. Mit der mittleren macht halt mehr. Ja. Oh. Dass man jemand den... ...Zug so verschließen kann. Oh, 86 Damage. Das ist halt auch so ne Art Schu-Chu-Zug. Wo Schu-Chu-Leg weg. Ja. Na, 240 sitzt du wohl nicht hin. Na ja, ich kann nur ein bisschen machen. Ja. Schauen wir wie es weiter geht. Jo. So. Hä? Das ist die Distanzrichtung, die du vergessen hast. Ne, mach ich nicht. Ne. Aber trotzdem, 60 Damage. Immerhin, ich weiß. Ja. Hm. Hm. Muss was was leveln kann wirklich. Na gut, machen wir es ein bisschen einfacher. Na, du begisst selbst mal. Ich hab zwar keine dollen Kosten, aber für 15 Punkte ist das falsch. Ja. Für uns liegt fast sogar mit. Mehr kann ich dir nicht helfen. Ja. Ja. Und mir kann man nicht mehr helfen. Ja, komm an, runter da. Einer schon mal. Einer. Sehr gut. Oh, ich bin fast weg. Ja. 30 Schaden oder so. Ja, reicht schon fast. Äh. Ich hab's schon gesagt. Nee. Alter, im Spiel, lass mal auflegen, sonst verblödelt man mit. Ja. Und das war's. Nein, lebe noch. Zwei Punkte hast du. Ja. Ja. Und der hat noch nicht reinkratzt. Hast du offensichtlich nicht vorerst zu ändern? Hehehe. Nicht zu kurz geschossen. Ja. Sag nicht ja. Das kann dir jetzt vielleicht auch bei dir schießen. Ja. 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 Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Habt ihr noch was zu sagen? Ja. Ja. Und ich sage Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.